Das kommende Album von Tim Peters trägt den Titel Tim Peters. Das Album erscheint voraussichtlich am 21. Oktober über das Label Polydor. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.